Kurzzeitig ist die Welt gerettet. Es regnet. Wie schön. Für die Natur. Für uns alle. Ein Traum. Ist es schön? Dann lasse ich mich doch auch gerne mal nass regnen. Ich freue mich total. Ja, es regnet. Ach, nicht schön. Der Vogel ist alles geschützt. Ja, da kommt natürlich kein Regen hin. Aber ihr kriegt noch Regen ab. Ja. Unser Mini-Teich. Na gut, hier kommt natürlich nichts hin. Ja, einfach mal schön. Ich hoffe, es geht weiter. Ja, ich hoffe, es geht weiter.